Das lag auch mit an der geringen Auflösung des Spiels. Eigentlich hauptsächlich an der geringen Auflösung des Spiels. Haben die das eigentlich extra so gemacht, die Säcke? Haben sie echt... Was für blöde Arschgeigen! Was ich jetzt machen könnte, wäre speichern, und gleich mal ganz hoch skippen, die Magnums ausrüsten und jetzt hier einen Trickshot rummachen, klappt natürlich bei meinem Luck absolut nicht. Und ich bin tot. Ich versuch's erst gar nicht mit dem Trick. Ich jump. Ich mach jetzt direkt den hier. Ich hoffe, dass der... Also langsam fang ich an, das Medipack-Placement in diesem Spiel zu hassen. Aber nicht nur irgendwie, sondern so richtig hart. Welcher Spast hat die gemacht? Verlinkt. Warum haut man hier so wenige Medipacks rein? Oder hab ich mich hier in der großen Mauer einfach blöd angestellt und hab zu viele Medipacks gebraucht? Fragen über Fragen. Und keiner kann sie beantworten. Ich denke mal, der Spast ist ja immer noch hier. Moment mal. Ich wollte schon sagen. Och, nee. Nicht noch einer. Ey, ich hasse mein Leben. Warum? Das Spiel fängt an, mich zu hassen, genauso wie ich das Spiel anfange zu hassen. Was für eine Idee wäre? Ich mach jetzt einfach den hier. Ich lad den letzten Speicherstand. Und springe direkt an dem Idioten vorbei, sodass er mich Maximum zwei, dreimal trifft. Sagte sie und... Verblutete. Was natürlich auch eine Idee wäre. Ich lad den vorletzten Speicherstand. Den hier. Ja, das werde ich jetzt so machen. Und place direkt das Boot woanders. So, dass ich aus seinem Schusswinkel raus bin. Und die... Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich dieses Spiel langsam hasse. Nein. Aber so richtig hart. Boah, hier hat der Pisser mich nicht so häufig erwischt. Und das ist toll. auch cool gemacht, dass die Musik nicht spielt, wenn du unter Wasser bist, also wenn die Kamera unter Wasser ist. Das finde ich schon ein cooles Gadget. Aber eigentlich brauche ich das Medi-Pack schon. So, ich paste das kurz da. Also manchmal hasse ich diese Reihe. Habe ich das schon mal erwähnt? Also noch liegt der Hund. Anstatt, dass du auf den Hund aimst. Zulara stellt sich echt manchmal an wie das erste Fahrrad. Ich hätte das Boot noch weiter hinterplacen sollen, oder was? No. Geil! Er hat mich nicht getroffen. Ja, danke fürs Abspringen. Okay, zumindest hat sie das jetzt mal gemacht. Was zum Teufel war das? Ich stehe echt nur noch wenige Minütchen, Sekunden, die auch immer, davor für Laha einen Exorzisten zu holen. Da hinten ist so ein Kisser drin, für den ich schon mal meine Automatik ausrüste. Dann spring doch auch! Und natürlich habt ihr kein Medipack. Ach, warum denn auch? Wird doch eh total überbewertet. Spiel speichern! Alter, ich sehe so nichts. Alter, ich hasse dieses Spiel. Fick dich! Ich muss eh außen den Weg fahren. Was eh total eng wird. Alter, wie sehr ich dieses Spiel hasse! Es ist schlimm! Punkt! Wie wärs mal mit Schalter betätigen, Fräuleinkroft? Wie wäre das denn nochmal mit Schalter? Wie wäre das, was ich ekstatt? Wollt ihr die Sendung? Ich wäre die Sendung zwischen fingerlen. Wie wärs mal mit Schalter? Wie wärs mal mit Schalter? Aber ich bin sie. Aber wir sehen uns, wie schwer es alle machen. Sch jogo sein. Scharam. Das ist einig, dass das Teufel bei beste war. Möller, was die ruhig war? Ich habe das Feich gehalten. Ich hatte schon nur Geburtstag. Untertitelung des ZDF, 2020